Ja, herzlich willkommen zu Isos Was-Schenke-Ich-Blues-Tipps 5. Ähm, nochmal was eher Praktisches. Ja, wie oft erwischt ihr euch selber dabei, dass ihr auf eurem Popo irgendwo hockt und denkt, Mann, ist das alles Kacke und kann ich ja sowieso nix machen. Bastelt euch so ein Kärtchen, so, ich mag das hier gerne eher schlicht, da schreibt ihr was rein. Und zwar, du verbesserst gerade die Welt und musst nichts dafür tun. Denn ich spende für eine gemeinnützige Organisation in deinem Namen. Ich finde, das ist auch ein sehr schönes Geschenk für jemanden, der schon alles hat. In diesem Sinne, wie es ist und Nerven behalten. Tschüss!